Dieser geile Mösenlecker, dann kriegt er die Zunge wieder nicht frühzeitig aus dem Leck raus. Ja, das saugt sich so fest, weißt du? Immer so, net von Schleck oder wie? Mindestens. Was sagt der Virus? Ja, Freunde, das ist geil YouTube Sports. Machen wir doch direkt weiter hier. Ja, Moment. Okay, letzte Folge für mich, dann muss ich leider erstmal abhauen. So, jetzt, wenn du es jetzt hier mal endlich... Oh, ey, komm, mach. Ja, bis der Nied die seine Aufnahme hat, ne? Dauert das doch schon mal so ein bisschen. Ja, am Fummeln, Mensch, weißt du? Das sind aber ein alter Fummeln. Dieser geile Mösenlecker, dann kriegt er die Zunge wieder nicht frühzeitig aus dem Leck raus. Ja, das saugt sich so fest, weißt du? Immer so, kuck. Et von Schleck oder wie? Mindestens. So, äh, hier starten. So, ihr werdet bereit? Motor starten! Da, drei, zwei, eins. Risiko! Herzlich willkommen, Freunde der guten Unterhaltung. Wir spielen wieder Paladins. Mit dabei ist der Virus. Hi, Freunde! Und der Camillo! Jo, immer noch Hallöle. So, bis die Zeit hier abgelaufen ist. So, Wackenaufspieler, alles klar. Ich nehme jetzt mal wieder ihn hier. Ich nenne wieder Victor! Ich nehme Fernando, den Romantica und Scheiß Ritter, der mich in der letzten Runde echt wahnsinnig gemacht hat als Gegner. Ah, da wird mir gerade glatt unsympathisch doch. Pausenball! Aber von... Dann können die die nicht nehmen, glaube ich. Jo. Achso, können die nicht? Im Gegner-Team, ich weiß nicht. Also, bei echten Spielern kann man immer nur einen Charakter einmal wählen, aber wie das jetzt... Naja, das ist ein Champion. Oder was jetzt passiert? Ja. Befroren der Wache, null. Ah, ich bin wieder auf Startseite. Ja, ja, auch, na dann gleich nochmal die Scheiße hier. Das Spiel hat ganz schöne Macken, sage ich dir. Obwohl es noch in der Beta ist. Jetzt fängst du schon wieder an zu meckern. Also, ich habe noch keine Fehler entdeckt. Bei mir liegt jetzt alles reibungslos. Ich weiß nicht, was du für eine Kackmöhre da zu Hause stehen hast. Das war jetzt der einzige Fehler. War jetzt auch nicht so wild. Guck dir mal Dead by Daylight an. Da passiert das. Da musst du 20 Mal aus der Lobby fliegen, bis du mal spielen darfst. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, aber das Problem ist, wenn man dann mal fünf oder vier Leute hätten wollen, dann bräuchten wir nicht warten. Dann könnten wir immer sofort... Naja, das ist ja für die Spielauswahl hier, dass du deinen Charakter wählen kannst. Aber erst mal meckern. Keine Ahnung. Aber erst mal losflamen und... Du Lappen, Alter, ich habe so ein Dead by Daylight geredet. Fangen wir hinten an so Popeln in die Nase gleich. Du meckerst über jede Spürung, Mann. Ich hieb dir gleich mal Maisgold von vorne, du. Ja, da kriegst du meine Succhini der Vergeltung hinten rein. Das sage ich dir, aber die reißt dir die Rosette auf. Ihr wisst schon. Und dann lasse ich dir noch Wurzeln schlagen. Was soll ich denn die Eheberatung mit der Fickschlampe da? Ist doch nur für den Spaß für zwischendurch da. Egal, die geile Hampelschnalte hier. Ach, nett erst mal reden, Alter. Ja, ich meckle schon, ich bin ne Hampelhund neben dem Hampelbeer. Also, Fred, jetzt hör doch mal auf, Mensch. Ihr seht, ich mache gerade mein soziales Ja, ich zocke mit Behinderten. Gefreude. Du kleine Miese. Habt ihr was gegen die Hicke, oder was? Ich bin halt sozial engagiert, ich weiß nicht, was da euer Problem ist. Und wir spielen jetzt gefrorene Wache. Ja, wenn mal gefroren mal was losgehen würde. Ja, ist halt eingefroren, weißt du, das ist... Also das Problem habe ich nicht, sondern habt ihr auch, also schöne Sache. Ach, du hast noch ganz andere Probleme. Ich schiebe es ja gleich von seitwärts rein, dann hast du aber mächtiges Problem. Ja, das setze ich jetzt endlich auf deinen Umschneidil, damit du glücklich wirst, Alter. Du mit deinem Reingeschiebe hier, ist dann immer normal. Hör mal, ich schiebe dir gleich ganz was anderes, hör mal. Das ist Schiebung, was du mit machst. Hör auf, zu diskriminieren am Arbeitsplatz. Diskreditier dich gleich, so. Was ist denn jetzt hier mit dem Spitz? Ich frikassiere dich gleich. Jetzt darfst du dich aufregen, Virus. Jetzt, jetzt darfst du loskleben bei mir. Mach mal hin, du Scheißspiel! Richtig, Scheiße, hier, Mann. Warum passiert hier nichts? Kein Geld habe ich keinen. Jetzt mach doch mal hin, Scheiße, Alter. Was ist denn jetzt hier? Ihr Fick-Schnitzel, das geht doch endlich mal. Meine Fresse, nach 30 Jahren. Geh mal Kacken, du Lappen, ey. Halt die Schnauze, ich reg mich gerade um. Mein Spiel ist weg. Was ist denn jetzt los? Ich bin im Spiel drin. Crash-Dialog. Please provide a summary for this crash. Also bei mir stehst du noch rum. Vielleicht kannst du ja nachjoinen. Ich kann jetzt gerade... Ich kann meine... Leertaste, funktioniert nicht. Ich kann hier nicht mal was auswählen. Oh, jetzt geht auch noch nicht los, du Affe. So, halt mal Schnabel, ey, du Tintenlecker. Standbild. So, jetzt aber. Heilsfläche, Leck mich, Herrmann. Das ist aber nicht möglich. Hey, geil. Ja, das Problem wie ich. Jetzt nochmal wieder anmelden hier. So, also. Ja, das war doch eine schöne Unlucky-Folge, habt ihr gesehen, ne? Moralische Sieger im Herzen. Wenn es nicht gefallen hat, schau auf das nächste Mal rein, wenn wir gar nichts spielen. Als super Sache, ist ein neues Format. Paladins Beta-Version, noch nicht ausgereift. Danke, fuck you. Und goodbye. 100. Halt deine Scheißfresse. Wir fangen jetzt an. Herzlich willkommen zu Paladins. Wir spielen wieder mit dem bescheuerten Virus, der nicht aus dem Arsch kommt und dem liebenswerten Camillo. Und jetzt will ich hier endlich spielen, so. Nein, jetzt hat der Arsch meine Alte weggepickt, diese Hure. Boah, gleich kümmern. Ja, so läuft das nun mal. Keiner will Victor haben. Ich bin der gute Fernando mit der Rose in die Fresse. Dann spiel ich jetzt die dicktittige Alte mit dem Bogen und dem Geier auf der Schulter. Und den Geier. Hey. Ja, da war kein Piepmatz gehabt, oder doch? Ja, im Kopf. Ja, ein unsichtbarer Vogel. Ja. Vogelwoog, da oben. So, guck mal, nochmal Eismin. So, hoffentlich lädt das jetzt mal ruckelfrei. Ja, wenn es überhaupt laden würde, ne? Und wir nicht alle im Bildschirm festfriesen und dann auch schon schiefen. So wie in der letzten Aufnahme, ne? Standbild und dann... Da gibt es eine Special-Folge zu, die geht fast drei Minuten, glaube ich. Ne, vier Minuten. Unbedingt reinschauen, wenn sie rauskommen. Oh, oh, jetzt, oder? Ja, jetzt, neulter. So, wir wollen jetzt den vierten Sieg holen, Jungs, nicht vergessen. Also, da war es Camillos World. Immer sofort den Bogen gespannt, die Sau. Erspannend wie ein Flitzebogen. Camillo, du hast einen Vogel, ne? Weißt du? Ja, ich weiß. Voll den Vogel, aber sieht hübsch aus. Hast einen schönen Vogel. Danke, danke. Das kann man jetzt auch anders sehen. Ach, du siehst doch sowieso nichts mehr. Doch, ich hab ne Brille auf. Ich seh viel mehr, als du denkst. Komm hier, schutschel, so. Elementale Mauer gegen deinen Schwachsinn, hab ich ja errichtet. So, jetzt egal, jetzt hier, hier. Kampfgeist erobern. Auf den Gaul und aufs Maul. Äh, ich laufe lieber. Was soll ich denn mit nem Pferd? Du, du bist, Alter. Die zuerst jetzt an die Front kommst, du faule Stück. Halt die Klappe, ich bin kein Söldner. Ich bin ein Krieger. Der Name Ledernacken. Anales Inferno hier. Komm her. Erstes Blut. Herrlich. Hättet er wegge... Au. Ja, das ist ein Schild, Freund. Da kommt der nicht durch. So, die Kartoffel, der Buchsbaum, alles für die Kartoffel. Das muss man ausgewichen. Hilfe. Kein Thema. Mieses Knollengewächs hier. Boah, die alte... Hör mal, das ist keine Kartoffel. Das ist, äh, ne? Das ist ein Hero Ninja Turtle. So lineamäßig scheint er sich aber nicht zu bewegen. Außer man fehlt die Pizza. Kurzer Auftritt vor dem. Oh, der hat nur kurz mal Hallo gesagt. Komm her, du Feigling. Oh. Wuchsbaum. Oh. Ja. Ja, ist die Kartoffel am Start. Kartoffel in der Haus. Äh. Ja, nicht nur die ist da. Oh, hat's die Kartoffel einem gegeben, ey. Alter, ich muss mal nachleihen. Ich verfolge die Kartoffel. Hallo. Au. Die ist mir gerade ins Gesicht gesprungen. Was ist das für eine Kartoffel? Er hat mich getötet. Frech. Jawohl. Juhu. Ahahaha. Du Schlampe. Ich hab dich gefickert, ey. Gefickert. Gefickert. Gefickt und vollgeschissen. Oh, jetzt hat mich dieser Buchsbaum erwischt hier. Ja, der ist mies. Dann musst du die Heckenschere rausholen. Ja. Oder überdüng ihn. Oh, bis einmal dieser Respawn endlich mal vorbei ist, ey. Warm, Junge. Aufs Maul. Jawohl. Aua, die Kartoffel wieder, Mann. Diese scheiß Schildkröte. Maul, Junge. Du stirbst jetzt. So. Ich hab's dir gesagt. Oh, spring doch mal hier. Oh, ich mag das. Und da geht's. Voran mit unserem kleinen Bollerwagen hier. Oh. Ja. Ich wollte gerade ausweichen, ey. Ähm, aufs Maul. Verkrüppelt. Jawohl. Die Krüppel applaudieren. Äh, ich bin wieder tot. Kartoffel. Ja, wie auch immer. Da kommt trotzdem was. Gemüse im Anmarsch, sagst du. Ja, das Gemüse hat mich gerade zum Veganer gestempelt. Oh, das würde ich mir nicht gefallen. Ach, scheiß Mauer. Spring doch mal drüber hier. Darüber aufregen. Was muss ich denn hier filmen? Sag mal, was? Kämpfe ich hier nur noch alleine? Warum ist keiner da? Also, Moment. Ich bin doch hier alleine. Du bist doch schon wieder tot, Mann. Ja, ich war gerade auch alleine hier. So, ich halte die mal ein bisschen auf, bis ihr wieder hier seid. Oh, da war ein kurzes Vergnügen. Blöder Scheißdrache, verpiss dich. Komm, wir müssen den nächsten Punkt holen. Frenkt euch an. Es geht um die Herrschaft der Eislinien. Go, go, go. Ja, da kommt alle, Mann. Ich komme auch, ich komme angeritten. Hey, Kamilo, da bin ich. Ah, Kartoffel, Alter. Kartoffel, du bist jetzt hier. Kartoffel, dich habe ich gepressen. Komm her. Was war denn das jetzt hier? Irr. Ich zerstampfe dich. Was war ich? Das war die Ulti von dem. Ach, Ulti. Siehste, mache ich gleich mal. Kartoffel, komm her. Jetzt lass dich fisten, Kartoffel. Komm, komm, komm. Gleich bist du tot. Kartoffel, ja. Alter, Verwalter. Let's ride. Das sieht nicht gut aus. Jetzt läuft die Zeit ab. Ja, wir sind ja schon unterwegs. Ähm, 3, 4, 3, 2, 1. Vor allem, den verkrüppel ich noch den Buxen. Jawohl, den habe ich mir noch geholt. Overtime, los, Leute. Jetzt kommt es drauf an. Kartoffel aufs Maul. Jetzt trennen sie wieder weg. Ja. Drache, Drache, Mann, Flug. Vorsicht. Schießt doch. Woher denn? Nein, es hat mehr Wicht. War die Kartoffelflüge. Super Sache, ey. Super Sache. Ich kann mal von dem Hinterher. Mein Leben ist im Arsch. Ich bin gleich tot. Ich habe mir mal jemand heilen. Ihr könnt nicht mal, ihr blöden Schweine. Ja, von hinten, ich weiß. Du hast vor allem alle Schmerzen im Schrank. Ja, ja. All das wird gut. Ich muss die Kartoffel verkrüppeln. Ja, ich muss nachhören. Oh, yeah. Ich bin ja auch noch da. Da. Oh, ja. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, 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 ja. Das gibt mir jetzt einen Punkt für uns, oder? Jawohl. Ja, klar. Da wart ihr zu langsam. So, gleich nochmal weggeklatscht. Den Wuchsbaum. Schon zwei zu viel. Upgrade-Time. Ach ja, stimmt. Ich wollte gerade schon wieder losstürmen. Das ist ja zum Glück eine Barriere, ne? Daniel, warum zielst du denn immer? Das ist automatisch so. Camillo, wie lange brauchst du eigentlich, um diesen Zopf zu flechten? Das müssen doch ein, zwei Wochen. Oder nimmst du ja schon Webstuhl zur Hilfe. Ja, das dauert ewig. Nein, der Geier da, der hilft mir. Das sieht aber sehr interessant aus. Lass mich dich mal genauer angucken. Du kannst hier mit dem Zopf den Arsch sauber wischen. Du bist aber ein leckeres Stückchen, hör mal. Ein leckeres Stückchen, hör mal. Ein leckeres Stückchen, hör mal. Ich kann nie mehr, ey. Warte, ich lauf zurück. Ich muss nach oben. Kommen Sie mal zu Papa auf den Schoß, hör mal. Lernst du mal den Teigen, hör mal. Wieso denk ich die ganze Zeit an Horst Schlemmer, wenn ich das so höre? Das weiß ich nicht, Mädel. Aber ist auch ein leckeres Stückchen, ein Püppchen, hör mal. Da bist du doch eine ganz feine, da bist du doch eine ganz lecker Büppchen. Vorsicht, Echse von links. Ii, so. Echsenschwanzsuppe hier, lecker, lecker. So, haben wir ja gleich schon den nächsten Punkt hier. Wenn die Loser nicht auftauchen. Du kannst ja gerne Kochsuppe essen, aber ich brauch die nicht. Warum soll ich Kochsuppe essen? Ich weiß nicht, warum ihr mir eure schwulen, homosexuellen Neigungen immer unterstellen wollt. Du hast doch nie meinen Maiskolten von vorne gehamstert, ey. Nee. Aber du stehst da drauf, ne? Oh, Baby. Yeah. Schön. Nice team. Wie ich sie gefistet habe. Schön gefistet. Aber das ist ja deine Spezialität. Ja, ja. So richtig schön mit dem... Ah. Schön mit der Pause. Rein da. Von den Kildsträhnen her, läuft das. Weggeklatscht. Jawohl, wir tun wieder was für die Krüppel der Nation. Wo laufe ich hier eigentlich hin? Wo musst du eigentlich hin? Das weiß ich auch nicht, du. Wo du hinläufst? Nee, die Kartoffel ist wieder da. Jawohl, wir machen sie platt. Wir walzen sie nieder. Du musst das weit durch. Du musst das nicht. Erstmal von dem Pferd runterholen, den Wichser. Stopp. Yeah. Unauffahrt, wie wir die hier einfach gerade platt walzen. Jawohl. Sehr schön. Wie Turntauben schießen hier. Yeah. Von hier oben ist das geil. Kartoffel. Oh, da war mal eine Kartoffel. Jawohl. Ich schick nochmal den Geier raus. Oh, gut. Mensch, Jungs, der liegt da richtig los hier. Das geht doch mal schnell. Ah, la, 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 la. Gut, gut. Ordentlichen Punkte gegeben hat, dann weiß ich auch nicht. Oh, ja. Oh, 500 Gold erhalten. Ja, geil. Oh, yeah. Läuft, ey. Ja, das war mal eine schnelle Runde hier. Die meisten Solo, bester Multi-Kill, wieder zwei. Oh, geil. Ja, hol dir einen drauf runter. Sind Inter... Okay, Freunde, damit bin ich raus. Virus spielt wieder an sich rum. Das müssen wir jetzt nicht... Das müssen wir uns jetzt nicht geben, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Beim Virus, beim Jets. Genau, da lacht... Sucht es euch aus. Dann lacht ihr euch dann wieder flach. Also, hier und da unten. Tschüss.